Hoi, mein Name ist Yonis. Ich bin im ersten Lehrjahr als Anlageführer bei der IGP Powder Codings. Heute zeige ich dir einen kleinen E-Blick in meinen Prüfsalltag. Komm mit! In der E-Work wird Rohstoff zusammengemischt. Für das bediene ich als Anlageführer auch hochautomatisierte E-Work-Anlagen. Meine Aufgabe am Extruder ist, die Anlage richtig einzustellen. Ausserdem lerne ich kleine Reparaturen an der Anlage selbst durchzuführen. Wichtige Anforderungen für meinen Beruf sind darum technisches Verständnis und handwerkliches Geschick. Der Zusammenhalt unter den Lernenden ist gross. So treffen wir uns gerne für gemeinsame Pausen, Mittagessen oder zum Lernen. Mein Ausbildner erklärt mir den einzelnen Produktionsschritt. In der Mühle werden Pulverchips zu Pulver vermahlen. Dabei entnehme ich eine Probe und die Qualität zu überprüfen. Das fertige Produkt verpacke ich nach Kundenwunsch und übergebe es an Logistik. Als Anlageführer bei der IGP Powder Codings wird mir eine sehr interessante und vielfältige Ausbildung geboten. Habe ich deine Interessen geweckt? Dann bewirb dich jetzt! Auf Wiedersehen! 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 Auf Wiedersehen!